Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 562, ich bin Tobi. Ich lese euch heute Güte vor aus der italienischen Reise, davor ein bisschen Rilke, Engel heißt das heutige Gedicht von Rilke, was ich vorlesen werde und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt und davor gibt es, weil es eine gerade Episode ist, mache ich mich gerade einen Haltungsblog heute zum Thema Hoffnung und Verzweiflung oder Resignation und der kommt jetzt gleich als erstes. Danach nach dem Haltungsblog und vor dem Reisebericht Oxford, der ja heute ansteht, erzähle ich aber noch ein bisschen was von meinen Geburtstagsfeierlichkeiten, zu denen ich natürlich auch was sagen muss, aber erstmal der Haltungsblog. So und da habe ich heute mal wieder ein schwieriges Thema, weil es auch sehr viel mit Ambivalenz zu tun hat, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder vorkommt. Ambivalenz, Toleranz wird viel von uns verlangt, es gibt nicht immer das eine ist richtig, das andere ist falsch, manchmal ist beides richtig oder manchmal ist auch beides falsch. Und das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe für den Haltungsblog ist Hoffnung. Eigentlich will ich im Wesentlichen Werbung machen für einen Podcast, Hopeful News von Haus 1. Nicole Diekmann interviewt dort jede Woche oder bespricht mit wechselnden Gästen die hoffnungsvollen Nachrichten in der Woche und das finde ich richtig gut. Aber was ist denn eigentlich Hoffnung und was ist denn eigentlich das Gegenteil davon, also Verzweiflung oder Resignation? Und was davon sollte man denn eigentlich haben? Und ich glaube, hier ist das, ist die Ambivalenz, Toleranz gefragt, dass man eben beides zulässt. Es gibt große Krisen in der Welt, es gibt ganz viele Probleme, es gibt ganz viel Furchtbares und hier im Haltungsblog habe ich sehr viel über das Furchtbare gesprochen, wozu man Haltung haben sollte und das ist manchmal schwer zu ertragen und manchmal ist es eben auch nicht zu ertragen und dann ist sowas wie Resignation vielleicht auch eine ganz natürliche Reaktion. Ich habe mich gerade gestern Abend mit Christian, meinem Bandkollegen, ausführlich über das Thema Resignation unterhalten und ich glaube, es ist so. Manchmal müssen wir ein Stück weit resignieren und sagen, ich kann hier einfach nicht mehr weiter, ich kann hier nichts tun, ich muss das jetzt so hinnehmen und trotzdem glaube ich, dass das andere eben auch richtig ist. Das Resignation ist natürlich manchmal notwendig, aber nicht als Lösung für alles, sondern meine Grundhaltung ist immer die der Hoffnung. Meine Grundhaltung ist immer, ich möchte noch etwas verändern, ich möchte Probleme nicht einfach so hinnehmen. Ich möchte, am Ende möchte ich Hoffnung haben, dass es gut wird, dass wir den richtigen Weg finden, dass wir Probleme gelöst bekommen. Denn ohne Hoffnung haben wir glaube ich keinen Antrieb mehr, Dinge wirklich zu bewegen. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als könnte man eigentlich nichts mehr bewegen und verändern, ist Hoffnung dann doch ganz gut. Die Frage ist nur, woher nehmen wir nicht stehlen? Also Hoffnung, wo kommt die denn eigentlich her? Und da ist zum Beispiel so ein Podcast wie der von Nicole Diekmann, Hopeful News bei Haus 1, dann doch ganz hilfreich, wenn man einfach mal schaut, ja es passieren eben auch noch gute Dinge. Es passieren eben auch noch Dinge, die einem Hoffnung machen oder die Hoffnung bestätigen. Die einfach zeigen, es passieren nicht nur schreckliche Dinge in der Welt. Und es gibt nicht nur Probleme, sondern Probleme werden eben auch gelöst. Und das finde ich extrem wertvoll. Vielen Dank an dieser Stelle an Haus 1 und insbesondere Nicole Diekmann für diesen Podcast. Das freut mich sehr, dass es den gibt und es gibt mir auch Hoffnung. Mir wird ja häufig gesagt, dass die Leute gar nicht verstehen, wie ich so viele Dinge tun kann mit diesem ganzen Engagement in der Politik und mein Hobby. Dieser Podcast ist ja Teil eines Hobbys. Ich mache das nicht beruflich, sondern ich mache das in meiner Freizeit. Heute ist Freitag, der, ich weiß gar nicht, 24., 25., ich glaube der 25. Oktober. Und heute habe ich frei. Mein Arbeitgeber gibt irgendwie vier, fünf Mal im Jahr allen Mitarbeitern einen Tag frei. Angefangen hat das in der Corona-Pandemie, um uns allen einfach mal einen Tag zum Durchatmen zu geben. Man hat natürlich auch Urlaubstage, aber die nehmen wir ja nicht alle gleichzeitig. Das heißt, an so einem Urlaubstag kommen wir trotzdem E-Mails rein, Aufgaben rein und sonst wie was. Und die muss man am nächsten Tag oder nach dem Urlaub irgendwie alle abarbeiten. Und so ein Global Day Off, Global Well-Being Day, wie wir ihn nennen, der gibt mir dann Raum zum Durchatmen, zum irgendwie einfach mal frei haben. Und den nutze ich, um zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen heute. Ich habe noch ein paar andere Sachen vor. Aber das mache ich in meiner Freizeit. Und ja, ich hänge mich ziemlich viel rein. Also für diesen Podcast, für die Politik, die ich jetzt gerade an den Hage gehängt habe. Aber das habe ich ja woanders erklärt, warum. Und ich habe immer wieder Hoffnung, dass ich mit dem, was ich hier tue, was Positives bewegen kann. Und zum Glück habe ich sehr viele Hörerinnen und Hörer, die, also eigentlich sind es im Wesentlichen Hörerinnen, aber manchmal auch Hörer, die mir das Feedback geben, dass das hier sinnvoll ist, was ich tue. Und das ist toll. Es bestätigt meine Hoffnung, dass das, was ich hier mache, sinnvoll ist. Und dann, da schöpfe ich natürlich ganz viel Kraft draus. Woher nehme ich noch Hoffnung? Ich hatte natürlich große Hoffnung, komme wieder zur Politik, auf die aktuelle Bundesregierung, die Ampelregierung, unter der Führung der SPD mit Grünen und FDP als Koalitionspartner. Das war ja auch die, ich glaube, die haben sich so als Zukunftskoalition, wie haben sie sich genannt? Ich weiß es nicht mehr. Aber Olaf Scholz hatte sich als Klimakanzler wählen lassen. Es gab ganz viel Hoffnung. Vieles von dieser Hoffnung ist nicht bestätigt worden. Also vieles schon, darüber wird gar nicht so gesprochen, über die Erfolge der Koalition. Dass der Strompreis zum Beispiel, ja, trotz der großen Krise der Energiewelt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, haben es geschafft, nach einem kurzen Hoch dann die Preise wieder runterzudrücken. Und da hat ganz viel natürlich Robert Habeck im Wirtschaftsministerium daran gearbeitet, dass es mit Deutschland eben bergauf geht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Wirtschaft geht doch trotzdem gerade irgendwie den Bach runter. Wer weiß, wo es gelandet wäre bei all diesen Krisen, wenn wir nicht einen so guten Wirtschaftsminister gehabt hätten. Das heißt, einiges ist auch gut gelaufen. So einige Hoffnungen haben sich bestätigt, aber viele eben auch nicht. Und jetzt sieht es so aus, als ob bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr dann die bestehenden Ampelparteien abgestraft werden. Die CDU wird ganz doll gewinnen. Ich mache mir große Sorgen darum, wer überhaupt noch in den Bundestag kommt, wie der nächste Bundestag aufgestellt ist. Letztendlich ist es aber so, dass die Ampelregierung tatsächlich das Vertrauen und die Hoffnung, die viele Deutsche in sie gesetzt haben, verspielt haben und nicht gut damit umgegangen sind. Und da kann man natürlich die Schuldigen suchen, das bringt ja aber eigentlich gar nichts. Denn das ist ja durchaus einfach beobachtbar, dass ein großer Teil der Bevölkerung davon eben nicht so begeistert war, wie das alles gelaufen ist. Und das muss man dann eben auch als Grüner, denn ich bin ja Grüner und ich bleibe auch Grüner, solange bis vielleicht irgendwann mal eine sinnvollere ökologisch-soziale Partei entsteht. Aber das glaube ich nicht, dass das irgendwie so bald passiert. Und solange bleibe ich natürlich Grüner und wähle die Grünen und unterstütze die Grünen. Selbst ich als Grüne muss ja eingestehen, dass da in der Kommunikation ganz viel schief gelaufen ist, dass wir uns von der FDP haben treiben lassen, dass auch die Grünen halt Kompromisse eingegangen sind, die ich nicht unterstützen kann. Deswegen bin ich auch ausgetreten, weil ich mich nicht mehr identifizieren konnte. Na gut, teilweise bin ich ausgetreten, weil mein Ziel, auf kommunaler Ebene Politik zu machen, eben nicht funktioniert hat für mich. Ja, und was gibt mir da jetzt noch Hoffnung? Also tatsächlich habe ich relativ wenig Hoffnung auf die nächste Bundesregierung. Auf die nächste Bundestagswahl habe ich ganz wenig Hoffnung. Da habe ich schon zum Teil resigniert. Natürlich werde ich die Grünen wählen. Natürlich werde ich auch weiter irgendwie Werbung für sie machen. Aber ich glaube nicht, dass die nächste Bundesregierung eine grüne wird oder eine soziale wird. Sondern ich befürchte ganz stark, dass das eine sehr konservative Regierung wird, wo grüne Themen keine große Rolle spielen werden. Und auch das soziale wird massiv leiden. Wir werden die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufmachen. Wir werden Minderheiten stärker diskriminieren, grenzendicht machen. Und Deutschland wird es schlechter gehen. Nach der nächsten Bundesregierung. Und das finde ich halt schade. Ich sehe aber keinen Hoffnungsschimmer, dass das doch eine sozialere oder grünere Bundesregierung wird. Das ist schade. Aber mit dieser Resignation muss ich dann eben auch mal leben können. Und es gibt trotzdem noch Hoffnung. Also ich weiß nicht, dass das vielleicht nicht, es geht ja nicht alles immer nur um die nächste Bundesregierung. Sondern es geht ja auch um andere Dinge, die passieren. Es geht um außerparlamentarische Geschichten, die passieren. Und da passiert viel Gutes. Also es ist auch, wenn man mal schaut, wie sich der CO2-Ausstoß Deutschlands verändert hat, der geht halt massiv runter. Also wir sind auf einem sehr guten Weg, Deutschland zu dekarbonisieren. Die Energiewende schreitet massiv voran. Wir haben den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie massiv angestoßen. Und das sind ja auch Dinge, die die nächste Regierung nicht einfach zurückdrehen kann. Das passiert halt trotzdem einfach, weil es sinnvoll ist. Die Energieunternehmen wollen gar nicht mehr neue Kohlekraftwerke oder gar Atomkraftwerke bauen, weil sie verstanden haben, dass das nichts bringt und dass Atomkraft einfach viel zu teuer ist. Und das ist gut, dass wir da endlich die erneuerbaren Energien als das erkennen, was sie sind. Nämlich die Zukunft. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir trotz der zu erwartenden Niederlage der linken ökologischen und sozialen Parteien bei der nächsten Bundestagswahl eben trotzdem bis zu einem gewissen Maß weitermachen werden mit den Wegen, die wir eingeschlagen haben. So und vieles von den hoffnungsvollen Neuigkeiten, wie gesagt, Hoopful News findet ihr in eurem Podcatcher, wenn ihr danach sucht. Und das hilft mir einfach einmal die Woche, nur gute Neuigkeiten hören. Das sind zugegebenermaßen sind das alles gute Neuigkeiten für Leute, die auch die AfD scheiße finden. Eher linkere Leute. Aber dazu zähle ich mich ja an. Deswegen ist Hoopful News für mich natürlich ein super Angebot. Ja, und übrigens, Hoopful News ist anders als mein Einschlafen-Podcast ein kommerzielles Projekt, also mit Gewinnerzielungsabsicht. Die sind darauf angewiesen, dass sie Werbung machen. Wenn man die Werbung nicht hören will, kann man aber auch ein Abo abschließen. Ich habe das gemacht. Über Steady kann man das abonnieren. Das haben noch sehr wenig Menschen gemacht. Kostet irgendwie mindestens 4 Euro im Monat. Und dafür kriegt man jede Woche Hoopful News aufs Ohr ohne Werbung. Er unterstützt das, wenn ihr es genauso sehr mögt wie ich und könnt. Dankeschön. Komme ich zum Geburtstagsbericht ganz kurz. Es war großartig. Und ganz, ganz lieben Dank an euch alle, die ihr an mich gedacht habt. Ich habe Päckchen bekommen, Geschenke bekommen. Teilweise kamen hier Dinge von Amazon, ein Kartenspiel und ein Karton Wein. Der kam nicht von Amazon, sondern von einem Weingut, wo kein Absender dran stand. Oder wo ich den Absender nicht lesen konnte, kam auch irgendwie Schokolade oder so. Normalerweise schicke ich, wenn ich so Geschenke bekomme, ganz gerne eine Postkarte. Ich habe so Einschlafen-Podcast-Postkarten als Dankeschön für Geschenke. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich nicht weiß, wer ihr seid. Wenn ihr da gerne so eine Postkarte hättet, meldet euch gerne nochmal und schickt mir eure Adresse. Aber ich habe mich riesig gefreut über die Geschenke, die ich bekommen habe. Und noch mehr tatsächlich, aber das weiß ich natürlich, dass es nicht allen möglich war, über die, die zu den Konzerten gekommen sind. Ich habe ja zwei Konzerte gespielt. Am Freitag das Dielen-Konzert in Ochmannsbruch und am Samstag das Beer-Release-Konzert in der Wildwuchsbrauerei. Und bei beiden Konzerten waren reichlich Hörerinnen und Hörer anwesend. Und das war mir eine große Freude. Also insbesondere in Ochmannsbruch, das war halt richtig voll. Also es war so ein bisschen kribbelig, da mussten halt mindestens 50 Karten verkauft werden, damit sich der Abend gelohnt hätte. Und am Ende waren über 60 Leute da. Es waren 70 Plätze, es waren ja auch Sitzplätze, wir hatten Stühle da stehen. Ganz hinten waren noch ein paar Stehtische, da standen dann noch welche. Es waren ganz wenig Sitzplätze frei. Vielleicht waren es sogar über 70, ich weiß es nicht. Also es waren wirklich, wirklich viele Leute da. Und ein Drittel davon ungefähr waren Hörerinnen und Hörer. Und das hat mich mega gefreut. Also es hat den Abend ganz rund gemacht. Es waren natürlich viele Freunde und Familie von mir da. Auch ungefähr ein Drittel. Dann ein Drittel Hörerinnen und Hörer. Und ein Drittel waren einfach Leute aus der Region, die ganz gerne mal zu Konzerten gehen. Und es war ein insgesamt sehr, sehr gelungener Abend. Vorgruppe Paulo Polvo war toll, hat begeistert, hat eine halbe Stunde gespielt. Ja, und dann haben wir das längste Konzert meines Lebens gespielt. In zwei Stunden 15 waren wir auf der Bühne. Es war sehr anstrengend, aber auch toll. Und ja, es war ein großes Fest. Es war insgesamt sehr anstrengend die ganze Woche. Also ich war am Sonntag ziemlich platt, denn es kam ja einiges zusammen. Letzte Woche Montag war erstmal eine Beerdigung. Der Onkel von meiner Frau war gestorben. Das ist immer eine Belastung, egal wie nah oder fern so Verwandtschaft ist. Vor allem für meine Frau ist da viel zu tun gewesen, zu fühlen, zu denken. Und genau, dann haben wir letzte Woche die neue Heizung bekommen. Das heißt, wir haben dann am Montag auch die Heizung deinstalliert bekommen. Am Dienstag wurden dann noch Fliesen gelegen. Ich habe am Dienstagabend auf meinen Knien, irgendwie bin ich dann durch den Hauswirtschaftsraum gerutscht und habe noch Fliesen verfugt zum ersten Mal in meinem Leben. Und am Mittwoch kam dann die neue Heizung. Die wurde am Donnerstag fertig gemacht. Und am Donnerstag hatte ich dann meinen Geburtstag. Ich habe Tobi, der heißt auch Tobi, aus Basel vom Bahnhof abgeholt. Und da ist Schlagzeuger und der hat dann mit uns die beiden Konzerte gespielt. Da haben wir den ganzen Donnerstag Musik gemacht. Na gut, wir haben auch Pausen gemacht natürlich und Kuchen gegessen mit der Familie. Abends irgendwie kamen noch ein paar Leute. Aber im Wesentlichen haben wir uns auf die beiden Konzerte vorbereitet. Und dann am Freitag das große Konzert in Hollenstedt. Und am Samstag, das war dann schon fast wieder Routine. Also erstens waren wir eingespielt. Tobi hat sich sehr wohl gefühlt. Er hat die Songs mega schnell draufbekommen. Und es war eben auch eine Location und ein Setting, das wir besser kennen. Also dieses Kneipensetup. Leute sitzen an Tischen, können sich unterhalten. Und wir machen halt Musik und einige hören zu, andere nicht. Das ist das Setup, das wir kennen. Das Konzert am Freitag auf der Diele war halt ein Konzert. Alle, die dort waren, haben uns zugehört. Und wenn wir aufgehört haben zu spielen, war es halt erstaunlich leise im Saal. Und die Leute waren sehr aufmerksam. Und es war ganz anders, als wir das normalerweise kennen. Und sehr, sehr schön natürlich. Also wir freuen uns ja, wenn uns Leute zuhören. Aber normalerweise ist es natürlich auch okay, wenn man dann mal sich unterhält. Und nicht komplette Aufmerksamkeit auf die Band hat. Die ganze Zeit. Ja, also ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die da waren, die an uns gedacht haben. Wer Lust hat, kann sich Videos auf meinem YouTube-Kanal angucken. Also nicht auf dem Einschlafen-YouTube-Kanal, sondern bei Tobi Beyer. Verlinke ich auf der Episodenseite. Da findet ihr die Seite zu dieser Episode mit Links zu Hopeful News, zu den Videos und zu einer Audioaufnahme vom ganzen Abend. Haben uns oft verspielt, haben uns geärgert. Also kein Song davon ist so gut gelungen, dass wir den direkt auf CD pressen könnten. Aber CDs braucht ihr keiner mehr. Insofern, hört es euch an, wenn ihr Lust habt. Und freut euch mit uns darüber, wie gut das alles geklappt hat nach nur einer Probe. Also ja, so und wenn ihr meine Stimme hört, dann wisst ihr auch, das hat Tobi ganz schön mitgenommen die ganze Woche. Es ist jetzt eine Woche her. Das erste Konzert war quasi heute vor einer Woche. Und ich hänge immer noch durch. Also das war eine ultra anstrengende Woche. Und mit sehr, sehr schönen, sehr, sehr traurigen und sehr, sehr anstrengenden Momenten. Und ich freue mich, dass jetzt so ein bisschen Normalität einkehrt. Genau, und zu dieser Normalität gehört, dass ich jetzt auch endlich zurückkomme zu meinem Reisebericht. Denn ich bin immer noch nicht fertig mit unserem Sommerurlaub. Ich hoffe, ich komme heute durch. Und erzähle euch, was wir in Oxford gemacht haben. Da haben wir nämlich gar nicht mehr so viel gemacht. Ihr erinnert euch, wir waren in England im Sommer. Haben fünf Tage in London verbracht. Dazu gibt es zwei Episoden. Wir haben fünf Tage in Cornwall verbracht. Dazu gibt es auch zwei Episoden. In der letzten Episode ging es ums Bier. Das könnt ihr natürlich auch immer noch bestellen. Es ist noch was da. Bei der Wildwuchsbrauerei gibt es Einschlafen, Podcast, Bier. Das verlinke ich auch gerne nochmal. Und da fehlt noch von der Reise jetzt der Bericht von Oxford. Wir sind also wieder zurück im Juli. Wir sind am Mittwoch abgereist aus Cornwall, sind auf der Abreise bei Stonehenge vorbeigekommen. Ich glaube, von Stonehenge hatte ich schon erzählt. Auf der Hinfahrt nach Cornwall waren wir so ein bisschen, wir hatten versucht, Stonehenge zu besuchen, haben dann aber viel zu lange gebraucht, um aus London rauszukommen. Und kamen viel zu spät in Stonehenge an und haben dann eben nicht mehr die Steine besucht. Wir haben nur kurz angehalten und geguckt, naja gut, ist jetzt zu spät und dann sind wir wieder gefahren. Lag aber halt eher auf dem Weg, so auf dem Rückweg. Also auf dem Weg von Cornwall nach Oxford lag Stonehenge nicht so ganz auf dem Weg. Aber es war kein großer Umweg, also haben es nochmal gemacht. Haben das besucht. Das war auch schön. Ich gucke mal eben, ob die Fotos von Stonehenge eigentlich bei Oxford mit drin sind. Ne, die sind bei Cornwall mit drin. Das heißt, die habt ihr jetzt schon gesehen. Es gibt ja Fotos zu meinen Reiseberichten. Auch die sind auf der eben erwähnten Seite verlinkt. Also Martha Ida Konrad Punkt Freddy Mercury Friedrich Martha Slash EP Einschlafen Podcast 5 6 2. Da findet ihr einen Link auf das Fotoalbum zu dieser Episode 562 in Oxford. Und da geht's los. Wir sind angekommen dann nach Stonehenge irgendwie am Abend in Oxford. Hatten ein sehr schönes Airbnb, so ein bisschen südlich, südöstlich. Und da ist so eine Ausfallstraße und ganz ruhiges Wohngebiet in der Stichstraße. Und das war eine sehr schöne Wohnung. Also ganz nochmal kleiner als die Wohnung in Cornwall. Wir hatten ja in London hatten wir einen Palast. Und in Cornwall eine sehr großzügige, moderne Wohnung. Und jetzt in Oxford, das war so ein bisschen altbackener und nochmal kleiner und enger. Aber auch schön. Also wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Und das war halt sehr ruhig auch. Also nicht so trubelig wie in London. Nicht so abseits wie in Cornwall. Sondern wir hatten da quasi direkt vor der Haustür hatten wir eine Bushaltestelle. Und da fuhr irgendwie alle 10, 15 Minuten ein Bus in die Stadt rein. Und das dauerte dann irgendwie 10 Minuten oder so da in die Stadt reinzufahren. Also das war so überhaupt kein Problem da mit dem Bus zu fahren. Das Bussystem, auch in Oxford, funktioniert das mit einfach Kreditkarten. Das heißt, wenn man einsteigt, hält man einmal seine Kreditkarte vor ein Kartenlesegerät. Und dann darf man halt rein und mitfahren. Und das kostet dann, weil es ist halt relativ günstig und sehr einfach zu benutzen. Also man muss nicht extra ein Ticket kaufen. Man muss nicht erstmal irgendwelche Tarifsysteme verstehen. Sondern das ist wie in London. Einfach einchecken und los geht's. Haben wir am ersten Tag aber gar nicht gemacht. Stattdessen habe ich mit meiner Frau einen schönen Spaziergang gemacht. Wir waren im Florence Park. Also wenn ihr mal in Oxford auf die Karte guckt. Wir waren da in der Nähe vom Florence Park. Und das war ein ganz netter kleiner Park. Da kann man gut irgendwie ein bisschen spazieren gehen. Da ist dann noch ein Koop in der Nähe. Da haben wir noch einen gekauft. Und das war es dann schon für uns. Nicht allerdings für meine Kinder. Denn an dem Tag ist auch ein Kinofilm gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Deadpool? Irgendein Marvel-Film oder so? Ging's glaube ich um zwei von den Marvel-Helden. Ich hab keine Ahnung. Also ich guck auch ganz gerne Marvel-Filme. Aber ich bin da kein Experte. Und naja. Das Ding war, an dem Tag ist es erschienen. Es gab eine Premiere um 0 Uhr. in einem Kino in Oxford. Und meine Kinder wollten ganz gerne hin. Weil angekündigt war, dass eine K-Pop-Band irgendwie einen Song zum Soundtrack dieses Films beigesteuert hat. Jetzt weiß ich natürlich weder welche K-Pop-Band das war noch welcher Film das war. Also für Leute, die sich dafür interessieren. Die schlagen jetzt die Hände in den Kopf zusammen. Ich interessiere mich halt weder so sehr für K-Pop. Das ist einfach nicht so meine Musik. Ist mir immer so ein bisschen zu sehr produziert sozusagen. überproduziert vielleicht sogar in großen Teilen. Und der Film ist bestimmt nette Unterhaltung. Aber ist nichts, wo ich jetzt irgendwie drauf hingefiebert hätte, was ich unbedingt gucken wollen würde. Naja, so. Und dann das Musikvideo zu diesem Song dieser Band. War das vielleicht sogar Stray Kids? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Da spielen dann eben auch die Schauspieler aus dem Film mit. Und zumindest spielen sie eine kurze Rolle. Und es gibt halt Bezüge zwischen Film und Song. Und dann sind sie natürlich dahin ganz aufgeregt. War dann irgendwie eine ziemliche Katastrophe, weil es gab irgendwie einen Feuerlärm im Kino direkt vor der Vorstellung. Und dann hat es ewig gedauert, bis sie dann den Film angucken konnten. Es war gar kein Feuer, sondern wahrscheinlich Popcorn, das irgendwie angeburzelt ist. Und dann war es irgendwie im Kino, ging das Licht nicht auf. Irgendwas war alles komisch. Und dann kam der Song in dem Film gar nicht vor. Also zumindest nicht so, dass man ihn irgendwie gehört hätte und das irgendwie feiern könnte. Und den Film fanden sie auch nicht so toll. Und dann sind sie nachts um drei, halb vier mit dem Taxi zurückgekommen in die Wohnung und waren halt so ein bisschen enttäuscht und genervt und müde. Aber das sind halt so die Sachen, die man sich im Urlaub dann auch mal leisten kann. Dann ist das eben so. Genau, kommen wir zum Donnerstag. Donnerstag, jetzt klang ich gerade eben wie Nicole Diekmann. Kommen wir zum Donnerstag. Hopeful News. Natürlich klingt die ganz anders und hat eine viel nettere Stimme als ich. Egal, also am Donnerstag hatten wir den einzigen festen Programmpunkt für Oxford auf unserem Zettel, nämlich einen Besuch der Divinity School. Denn Oxford ist natürlich vor allem bekannt für die vielen Colleges. Auf Deutsch würde man Universitäten sagen. Auf Englisch heißt das College. Und natürlich gibt es auch den Begriff University auf Englisch, aber die sagen irgendwie eher College. Sehr viele alte, alteingesessene Schulen mit sehr hübschen Gebäuden. Und insbesondere gibt es dort natürlich die, wie heißt sie? Bodleian Library. Bodleian Library ist eine Bibliothek, gehört da zu irgendeinem College. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem. Wahrscheinlich zur Divinity School. Keine Ahnung. Und die ist einfach wunderschön. Also da haben sie eine richtig tolle Bibliothek aufgebaut mit sehr vielen Büchern. Und da wurde Harry Potter gedreht. Die Bibliothek-Szenen von Harry Potter und ganz viele Filme werden dort auch gedreht, weil es eben so wunderschön aussieht. Und das kann man besichtigen. Man sollte sich für diese Besichtigung rechtzeitig online ein Ticket klicken. Wir haben uns das erst, als wir in Cornwall waren, geklickt und haben dann nur so, man darf einmal irgendwie in diesen ersten Bereich reingehen bekommen. Und ja, da geht es jetzt auch mit den, ach ne, die Fotos fangen übrigens. Das erste ist von unserem Spaziergang an der Mittwoch. Das zweite ist dann schon in dieser Bibliothek. Da muss man einmal ganz kurz nachschauen. Genau, da gibt es unterschiedliche Tickets und wir haben so eine Library-Guided-Tour gar nicht mehr bekommen. Die war dann für den Tag schon ausverkauft. Also haben wir nur dieses 15 Minuten einmal reingehen, Explore the Divinity School bekommen. Da geht man dann in so eine Halle rein und kann die sich anschauen. Man sieht dort aber keine Bücher mit, also keine Räume mit Büchern, sondern man sieht dann halt wirklich nur diese Eingangshalle. Genau, das hatten wir dann bekommen. So, und dann haben wir das gemacht und haben dann aber vorher nochmal, sind wir in den Ticket-Center reingegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Wenn wir da geguckt haben und es stellt sich raus, man kann durchaus, wenn man morgens gegen neun beim Ticket-Center für die Wood Lane Library ankommt, nochmal Tagestickets bekommen. Also es werden online gar nicht alle Tickets verkauft, sondern wir behalten sich immer irgendwie ein Kontingent vor für Tagesgäste, die halt spontan rein wollen. Die sind dann natürlich auch irgendwann ausverkauft, aber so konnten wir dann für den Nachmittag nochmal tatsächlich Tickets für eine geführte Tour bekommen und dann durften wir halt nochmal wirklich alles da angucken und das war richtig toll. Also Gebäude mit Verzierungen und Mühebestücken, die halt wirklich einfach sehr besonders sind. Ich habe gerade weitergescrollt, dann kommen irgendwann so Bilder, wo ich vor der Scola Naturalis Philosophiae oder vor der Scola Musicae stehe und auch der Astronomie-Schule. Das sind so Eingangstüren zu den entsprechenden Schulen, Colleges, wo traditionell, wenn dann Leute dort ihren Abschluss gemacht haben, standen sie halt davor und haben ein Foto gemacht. Oder vielleicht ist es heute immer noch so. Ich habe mich einfach so davor gestellt, zumindest bei der ersten Naturalis Philosophiae, da habe ich ja einen Abschluss, zwar nicht aus Oxford, sondern aus Hamburg, aber immerhin habe ich da so ernst geguckt, dass ich fast glauben könnte, ich hätte dort meinen Abschluss gemacht. Nur, dass ich keinen Talar trage und keinen komischen Doktorhut, sondern meine Mütze und ein schwarzes T-Shirt. Ja, nee, absolut sehenswert, diese Bibliothek. Es gibt dann natürlich noch viel mehr Colleges, die man in Oxford besuchen kann und andere Sehenswürdigkeiten. Nach den Fotos von mir vor diesen Türen gibt es die Seufzerbrücke, Cybridge, die kennt man aus Venedig und interessanterweise gibt es da mehrere Brücken, die dann so ähnlich aussehen, die dann auch so ähnlich heißen. Und das hier ist halt die von Oxford, also durchaus sehenswert. Nach der Seufzerbrücke seht ihr ein Foto von einem Buchladen, Blackwells Bookshop und da waren wir auch, glaube ich, noch am Donnerstag, Western Library. Ich muss gerade mal nachgucken. Nee, das ist nicht die Western Library, sondern das ist Blackwells Bookshop. Genau, das ist ein Buchladen direkt quasi neben dem Sheldonien Theater und der Bordelian Library. Unfassbar groß. Man geht rein und denkt, okay, hier ist ein Buchladen. Dann geht man irgendwie eine Treppe runter und sieht dann den Raum, den ich da fotografiert habe. Unfassbar schöne, große, nicht Bibliothek, sondern Buchladen. Da haben wir auch ein paar Bücher gekauft und das geht dann unterirdisch noch weiter und dann kann man über die Straße gehen. Da ist dann der Science Fiction und Manga-Laden und das ist also wirklich ein sehr, sehr großer Buchladen, wo man sich allein da schon irgendwie einen Tag aufhalten kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, und in der Western Library, da wo es eben auch die Tickets gibt für die Bordelian Library, da haben wir dann noch eine Ausstellung über Kafka gesehen und über Treasury Cutting. Also in der Treasury, da war eine Ausstellung über Cutting, also wie Texte historisch bearbeitet worden sind, also Revisionen von Texten, also ganz viele Autoren. Und dann waren da original Manuskripte ausgestellt, zum Beispiel von J.R. Tolkien aus dem Hobbit oder aus dem Herr in der Ringe. Und da sieht man halt, wie dann handschriftlich vorbereitet worden ist und die Unterschiede der Handschriften, aber eben auch Umgang mit dem Text. Und da ging es halt insbesondere darum, wie hat man denn Texte revidiert? Und einige haben halt tatsächlich einfach Papier zerschnitten, um Texte dann zu korrigieren. Andere haben sehr viel durchgestrichen, andere haben Platz gelassen, damit andere kommentieren konnten. Und total wertvoll und kostenlos. Also da kann man dann einfach in diese Ausstellung in der Western Library reingehen und sich da Kultur gönnen und was lernen und muss nicht mal Eintriff zahlen. Das war sehr schön. Ja genau, wieder ein ganzer Tag irgendwie auf den Beinen, sehr viel rumgelatscht in der Innenstadt und noch irgendwie Sachen angeguckt. Gut, ich wäre sehr gerne in die Radcliffe-Kamera reingegangen. Das heißt, Radcliffe-Kamera ist aber gar keine Kamera, sondern es ist auch eine Bibliothek. Da konnte ich aber nicht rein, also die waren nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Sehr viele von den Colleges in Oxford kann man besichtigen, aber die meisten nur zu bestimmten Zeiten. Und dann gibt es eben Zeiten, wo man eben gar nicht rein kann oder Tage, wo man gar nicht rein kann. Und das muss man gut planen. Also wenn man nach Oxford fährt, kann man nicht irgendwie spontan sagen, ach, jetzt gehe ich mal hier in die Radcliffe-Kamera. Es kann dann sein, dass das irgendwie die ganze Woche geschlossen ist und erst wieder irgendwie nächsten Monat geöffnet ist oder so. Ja, einfach rechtzeitig, am besten irgendwie schon einen Monat vorher mal gucken, wann sind denn die Öffnungszeiten und Öffnungstage der Colleges, die man sich gerne angucken möchte. Und dann auch gleich Tickets klicken, damit man eben auch rein kann. Am Donnerstag, nee, das war jetzt der Donnerstag, am Freitag haben wir einen Shopping-Tag eingelegt. Wir brauchten einen weiteren Koffer für die ganzen Dinge, die wir gekauft haben, um den dann mit nach Hause zu nehmen. Tatsächlich hat Mareile dann den neuen Koffer bekommen, weil der viel größer war als ihr Koffer, mit dem sie angereist war. Und wir haben dann ihren Koffer als weiteren Koffer für uns mitgenommen und die ganzen Dinge, die wir gekauft haben, wir haben dann echt viele Bücher, Klamotten, Spiele und alles mögliche eingekauft und wollten das dann natürlich auch mit nach Hause nehmen, brauchten wir halt einen weiteren Koffer. Zum Glück hatten wir für den Rückflug auf Business Class Upgraded, war gar nicht so teuer und man hatte ein bisschen mehr Platz im Flugzeug und darf vor allem vor Abflug in der Business Lounge sitzen. Und die ist in Heathrow für British Airways wirklich sehr nett, da gibt es gutes Essen, viele Getränke und da kann man ein bisschen entspannter sich auf den Abflug vorbereiten. Und man darf eben zwei Koffer aufgeben statt einen pro Person, also so viele Koffer brauchten wir uns auch nicht, aber ein zusätzlicher Koffer war dann halt mit drin und das war dann ganz gut. Den haben wir gekauft. Es gibt ein großes Einkaufszentrum in Oxford, das heißt Westgate und das ist ein großer Mall, ein großer Shopping Center. Da haben wir den Koffer gefunden, noch ein bisschen abgehangen, Sachen gekauft und weil Mareile am Samstag abgereist ist, sind wir am Freitag dann endlich dazu gekommen, unsere D&D-Kampagne zu spielen. Denn Sky wollte ja sehr gerne Dungeons & Dragons mit uns spielen. Ich hatte das als Jugendlicher mal gespielt, jetzt bin ich 50, also es ist ewig her. Aber Sky ist irgendwie auf den Dungeons & Dragons Trip gekommen, Pen & Paper Würfelspiel, also man muss sehr viel würfeln, um irgendwie Zufallssituationen zu bewerten. Wir hatten uns ja auch extra in London noch Würfel gekauft, um das zu spielen, sehr schöne Würfel sind das gewesen. Man braucht spezielle Würfel, nicht nur sechsseitige Würfel, sondern auch zwanzigseitige Würfel und vierseitige und zehnseitige und was weiß ich was alles. Also ein ganzes Würfelset braucht man dann immer. Und Sky hat das vorbereitet, eine Kampagne entworfen und dann am Freitag die mit uns gespielt, nachdem wir eingekauft haben. Es war sehr lustig, also ein bisschen schwierig reinzukommen, wenn man den Vorgang noch nicht so kennt, aber wir hatten sehr viel Spaß. Und es war dann auch schon der Freitag, da haben wir nicht so viel gemacht, sind früh ins Bett gegangen, denn am Samstag sollte Mareile dann abfliegen. Ist sie auch. Also um es vorwegzunehmen, jetzt kommt ein bisschen Katastrophenbericht und es ist aber am Ende alles gut gegangen. Also Mareile hatte einen Flug sehr früh am Samstagmorgen, ich glaube 8 Uhr oder so, oder 8.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Und natürlich will man, wenn man Koffer abgeben will, rechtzeitig am Flughafen sein. Also zwei Stunden vorher war so die Idee. Und wir haben halt in Oxford gewohnt und von Oxford zum Flughafen haben wir so ungefähr eine Stunde, anderthalb irgendwie Anreise gerechnet. Also sind wir irgendwie um 4 Uhr oder 4.30 Uhr sind wir irgendwie aufgewacht. Und stellt sich raus, Mareile hat am Vorabend um 22.30 Uhr, da waren wir dann schon im Bett, eine SMS und eine E-Mail bekommen von British Airways, dass ihr Flug ausfällt. Und dass sie automatisch umgebucht werden könnte auf einen anderen Flug um 8.45 Uhr, irgendwie, die Uhrzeit war irgendwie kurz danach. Und sie müssen nur auf einen Link klicken und dann sei das irgendwie schon passiert. Diese SMS und die E-Mail haben wir aber erst dann nachts um 4, als wir schon aufgestanden waren, um loszufahren, gesehen. Und hat dann Mareile mich erstmal gefragt, so ist das echt oder ist das irgendwie Scam oder was ist das hier, soll ich da draufklicken? Ich habe da irgendwie auch nur irgendwie nachts um 4 so drauf geguckt, so ja, das sieht authentisch aus. Und hat Mareile da draufgeklickt und war dann umgebucht. Leider hatte sie nicht darauf geachtet, dass das kein Flug am Samstag war, sondern ein Flug am Dienstag. Also ähnliche Uhrzeit, aber erst irgendwie drei Tage später, auf denen sie dann umgebucht war. So hatte sie das aber akzeptiert, ohne drauf zu gucken, dass das Datum auch stimmte. Und das war natürlich schlecht, weil sie wollte sich dann einfecken in diesen Flug und das ging nicht, weil Check-In noch gar nicht geöffnet war. Ich habe dann probiert, dort anzurufen. Das geht natürlich erst ab 8. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann fahren wir halt einfach auf gut Glück zu um 8 Uhr zu diesem Flughafen hin und schauen mal, wie wir Mareile nach Hause kriegen. Denn die musste am Montag arbeiten und es war halt irgendwie unmöglich, dann den Flug erst am Dienstag zu nehmen. Ja, also wäre halt sehr, sehr schlecht gewesen. So, dann sind wir also zum Flughafen gefahren, weil ich dachte, naja, die haben ja ein ganzes eigenes Terminal, British Airways Terminal 5 in Heathrow. Da wird man dann mit irgendwem sprechen können, das erklären können, dass wir aus Versehen diese Umbuchung angenommen haben, dass wir dringend einen Flug an diesem Tag brauchen oder spätestens am Sonntag von London nach Köln. So, und dort gibt es aber niemanden. Wir sind dann da hingefahren und im ganzen Terminal gibt es halt keinen Ticketschalter. Es gibt nur so ein paar Leute, die einem irgendwie angeblich helfen, aber die helfen einem halt nicht, sondern die geben einem nur eine Telefonnummer und man muss alles telefonisch machen, weil British Airways, die Telefonnummer hatten wir schon vorher, war furchtbar. Und dann haben sie uns aber noch eine andere Telefonnummer gegeben, wo man angeblich schneller dran kommen sollte, kam man aber gar nicht schneller dran. Und das war ziemlich blöd und ziemlich schwierig für uns, das irgendwie zu verknusen. Wir saßen dann also am Terminal 5 in Heathrow und hingen in der Warteschleife für British Airways Ticketing. Und das hat irgendwie dann nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich da jemanden ans Telefon bekommen habe. Dem haben wir die Situation dann beschrieben. Und der musste dann erstmal klären, ob aus Kulanzgründen eine weitere Umbuchung möglich wäre und ob es dann überhaupt Flüge gibt. Und der musste dann mit seinem Manager sprechen. Da haben wir nochmal eine halbe Stunde gewartet, bis er mit seinem Manager gesprochen hat. Und dann hieß es, ja, aus Kulanzgründen darf dieser Flug nochmal umgebucht werden. Das hätte ich ansonsten auch wirklich sehr unverschämt gefunden, dass sie einem irgendwie nachts eine SMS schicken. Und die muss man dann irgendwie morgens erstmal verstehen und aufpassen, dass es irgendwie auch das richtige Datum ist, auf das man da umgebucht wird. Es gab natürlich an dem Tag keinen Flug mehr nach Köln, aber es gab Flüge nach Frankfurt. Und dann haben wir Mareile umgebucht auf einen Flug nach Frankfurt. Denn eigentlich muss sie auch gar nicht nach Köln, sondern nach Koblenz, da wo sie wohnt. Und dann war es so ein bisschen egal, ob sie nach Köln oder nach Frankfurt fliegt. Und sie ist dann am Nachmittag einfach von Heathrow nach Frankfurt geflogen. Und dann eben mit der Bahn. Also sie hätte ja eh mit der Bahn fahren müssen, weil sie mit der Bahn von Frankfurt nach Koblenz war. Abends sehr spät da und war natürlich völlig fertig, weil sie sehr früh aufgestanden war. Und die Aufregung war doch sehr groß. Ich war extrem erleichtert, als sie dann das neue Flugticket nach Frankfurt bekommen hatte. Und dann irgendwie war klar, okay, meine Tochter kommt nach Hause. Und das war aber alles sehr, sehr schwierig. Ja, ich gucke mir das gerade nochmal an die Fotos rein nebenbei. Und da sehe ich unseren Führer, der die Führung gemacht hatte durch die Baudelain Library. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich glaube Frank, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Also der hat eine ganz, ganz tolle Führung gemacht. Und ach ja, das war toll. Und die Fotos aus der Bibliothek selbst habe ich noch gar nicht irgendwie erzählt. Also heute mache ich ein bisschen mehr Reisebericht, ein bisschen weniger Fotodia-Abend. Guckt euch bitte diese Bilder aus der Bibliothek an. Ich bin einfach immer noch sehr glücklich über die tollen Momente, die wir da in der Bibliothek hatten. Achso, und die Fotos von dem nächsten Tag habe ich noch gar nicht erzählt. Ich springe gerade ein bisschen in der Reisebericht. Er wird kurz unterbrochen. Mareile hat ein Flugticket bekommen, musste dann ein bisschen am Flughafen warten. Was wir gemacht haben, erzähle ich gleich. Ich springe nochmal hin zurück, nachdem wir in der, ich habe sogar ein einzelnen Schriftstück habe ich hier fotografiert. Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Ausschnitt von Tolkien, oder? Ormulum? Nee, das ist was anderes. Das ist nicht Tolkien. Orm. Ein Mann namens Orm hat da was geschrieben. Und das fand ich lustig, das habe ich fotografiert, weil ich ja großer Fan von Walter Mörs bin. Und Walter Mörs, seine Erwachsenen-Romane aus Zermonien. Da geht es ja auch um Schriftsteller. Und die Schriftsteller in Zermonien, da gibt es die Legende des Orm. Und Orm ist ein Zustand, den Schriftsteller erreichen können, in dem sie besonders gut schreiben können. Kurz zusammengefasst. Genau, und das fand ich lustig, dass Walter Mörs, ich weiß gar nicht, ob er das weiß, dass es irgendwie einen Schriftsteller namens Orm gibt, der irgendwie ganz toll war. Vielleicht weiß er das. Keine Ahnung. Dann sind ja noch ein paar Bilder aus einem Pub. Ich war an dem, Donnerstag war das ja schon, Donnerstagabend war ich noch ein Pub. Und Freitag beim Shopping waren wir nicht nur in der komischen Mall, sondern wir waren auch im Covered Market. Und der ist auch in der City von Oxford. Wenn wir nachgucken, heißt der Covered Market? Ich glaube, ja. Ja, The Covered Market. Wenn man da reingeht, hängen an der Decke lauter Figuren aus Alice in Wonderland. Und die musste ich natürlich auch fotografieren. Ein sehr schöner, kleiner Markt. Und das Bild von dem Lastenrad mit Luftballons ist dann schon aus der Mall. Also das ist dann nicht Covered Market. Der Covered Market ist wirklich schön. Da kann man gut abhängen. Da hat man das Gefühl, unter Locals zu sein. Da gibt es dann eben auch Käse und Socken und so. Ein bisschen touristisch ist es schon. Aber es sind eben auch sehr viele Locals da. Und ich habe da einen Kaffee getrunken, habe so ein bisschen mitbekommen, wie da eben auch andere Locals zum Kaffeetrinken reingekommen sind. Sehr nett. Sehr nett. Gut. So viel noch zu dem Nachtrag zu den Fotos. Genau. Wir hatten dann ja Mareile abgegeben. Ich mache hier nochmal eine Kapitelmarke. Am Flughafen. Sie musste dann noch ein bisschen alleine warten. Aber die ist jetzt auch schon. Also da war sie 20, jetzt ist sie 21. Da kann man sie auch mal alleine am Flughafen sitzen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ein Kind ausgesetzt hätten. Sondern eine erwachsene Frau. Und es war ja alles geregelt. Wir sind weitergefahren nach Brighton. Denn, wie gesagt, in Oxford haben wir gar nicht so viel auf der Pfanne gehabt. Und wollten da auch gar nicht unbedingt so viel machen und sehen. Stattdessen haben wir gedacht, wenn wir schon von Oxford nach Heathrow fahren, können wir auch nochmal weiterfahren nach Brighton. Das ist natürlich dann nochmal dreiviertel Stunde weiter. Und der Rückweg von Brighton nach Oxford war natürlich lang. Also irgendwie zwei Stunden Autofahrt oder so. Aber wir waren alle noch nie in Brighton. Und Sky ist ein großer Fan von Brighton. Kennt irgendwie Leute, die da wohnen. Und hatte viel gelesen und gehört. Ich fand Brighton lustig, weil der Trainer vom FC St. Pauli, Fabian Hürseler, ist ja im Sommer spektakulär nach Brighton gewechselt. Ist da jetzt Fußballtrainer in der Premier League. Und trainiert Brighton in Hof Albion. Und ich dachte, gut, wenn wir nach Brighton fahren, dann ziehe ich mir ein St. Pauli-T-Shirt an und gucke mal, ob ich angesprochen werde. Spoiler, niemand in Brighton hat mich angesprochen. Und die Leute, die ich angesprochen habe auf Brighton und St. Pauli und Hürseler, kannten den Namen nicht. Also sie sagten, ja, ja, ich interessiere mich für Fußball, ja, ja, Brighton. Und hatten gehört, dass es einen neuen Trainer gibt. Wussten aber den Namen nicht und wussten auch nicht, wo der herkommt. Also für uns war das so eine Riesengeschichte. Oh, Fabian Hürseler wechselt vom Aufsteiger St. Pauli. Also hatte vorher zweite Liga in Deutschland trainiert. 30 Jahre alt. Wechselt nach Brighton und wird dann jüngster Premier League Trainer aller Zeiten. Riesengeschichte. Die Ablösesumme, irgendwie sechs Millionen Euro oder so, ist die höchste Ablösesumme, die St. Pauli jemals bekommen hat. Und das ist schon besonders, dass das dann für einen Trainer war und nicht für einen Spieler. Weil normalerweise Trainer werden halt gefeuert. Es sind immer genug auf dem Markt und man muss Trainer eigentlich nicht irgendwem abkaufen. Da gibt es also ganz selten mal Ablösesummen und wenn ja, nicht so hohe. Und stattdessen werden halt Spieler häufig aus Verträgen rausgekauft und dann gibt es hohe Ablösesummen. So die höchste Ablösesumme, die St. Pauli jemals für einen Spieler bekommen hat, war glaube ich sowas wie drei Millionen. Und jetzt gab es irgendwie das Doppelte für einen Trainer. Das war schon was sehr Besonderes für uns, für Brighton offensichtlich nicht. Wahrscheinlich habe ich keine Hardcore-Brighton-Fans gefunden oder getroffen. Aber naja, da gab es da halt nicht so. Genau, Brighton, da gibt es ein paar Fotos. King & Queen war da ein Lokal. Und dann das erste, was wir gesehen hatten in Brighton, war dann ein sehr, sehr schönes Gebäude. Das heißt, der Royal Pavilion. Wir hatten irgendwie da an der Hauptstraße irgendwo geparkt, Grand Parade. Und sind da runtergelatscht und dann kommt man irgendwie, also wir wollten halt zum Strand, weil ich einmal irgendwie diesen Pier sehen wollte. Sky wollte eigentlich nur Thrift-Stores angucken und wusste auch, wo welche sind. Und naja, sind wir halt am Royal Pavilion vorbeigekommen. Sehr überraschend, also so Zwiebeltürme. Sieht irgendwie sehr orientalisch aus. Aber total cool. Wir waren leider nicht drin, aber das sah schon von draußen sehr beeindruckend aus. Sind dann weitergegangen runter zum Strand. Und das war ehrlich gesagt ziemlich furchtbar. Also es war ein sehr heißer Tag. Schöner Sommertag. Und am Strand war es rappelvoll. Das sieht man jetzt auf den Fotos gar nicht so sehr. Es gibt ein Foto, das ich drin habe, vom Brighton Palace Pier. Da sieht man so ein bisschen, dass da sehr viele Leute waren. Aber insgesamt war da am Wasser, waren einfach wahnsinnig viele Menschen. Also es war rappelvoll. Na gut, es war ein Samstag. Es war Urlaubszeit. Es war fantastisches Wetter. Und es gibt dann offenbar sehr, sehr viele Reisegruppen, die dort irgendwie so haufenweise Menschen ausspucken. Also sehr viele Schülergruppen, Jugendgruppen, Reisende aus Asien, Reisende aus Amerika, die dann da irgendwie busweise angekarrt werden. Ja, da haben wir uns nicht so richtig wohl gefühlt, ehrlich gesagt. Es war sehr anstrengend. Wir waren natürlich auch müde, weil wir ja so früh aufgewacht waren, um mal nach Heathrow zu bringen und dann diese ganze Eskalation gehabt haben. Das war irgendwie ganz schön anstrengend alles. Und entsprechend konnten wir dann mit diesen Menschenmassen da überhaupt nicht richtig umgehen. Stattdessen haben wir auch in Brighton einen überdachten Markt gefunden. Der heißt Open Market, interessanterweise. Und das war noch netter als der Covered Market in Oxford. Also noch mehr Community, noch mehr Locals, die dort einkaufen. Kunst, ganz viel Kunst. Und davon gibt es auch ein paar Fotos. Da war so ein großer Schrank mit lauter kleinen Türchen. Hinter jeder Tür war halt irgendwie ein kleines Kunstwerk von unterschiedlichen Künstlern. Teilweise sehr skurril. Naja, das war sehr nett. Und dann haben wir ja doch noch ein bisschen für Sky-Thrift-Stores besucht. Wir haben leider nichts gefunden, was irgendwie gepasst hätte. Und es war, wie gesagt, sehr heiß. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann gehen wir halt nochmal ins Museum. Direkt da bei dem Royal Palace gibt es das Oxford Museum. Wo eine sehr durcheinander Ausstellung war. Also das Museum selbst war interessant, aber voll und vollgestopft mit lauter Dingen. Also da waren dann so ein paar Dinosaurierknochen, weil ja dort am Strand auch sehr viele Dinosaurierknochen entdeckt worden sind. Aber es war irgendwie nicht so sortiert und irgendwie strukturiert wie das Natural History Museum in London. Sondern irgendwie vollgewrummst und alles durcheinander. Also ich habe mich da nicht so richtig zurechtgefunden in diesem zugegebenermaßen auch kleinen Museum. Aber es war irgendwie so ein bisschen überladen. Was mir allerdings im Museum sehr gut gefallen hat, war eine Ausstellung über ABBA. Ja, denn es ist genau 50 Jahre her gewesen. War das 50 Jahre? Naja, klar. Also 1974 hat aber den Eurovision Song Contest gewonnen. Und mit Waterloo. Da sind sie groß rausgekommen. Vorher kannte die keiner. Damals war es so, dass der Eurovision Song Contest, ich glaube, der hieß noch anders, Chanson de la Eurovision oder so. Wahrscheinlich hieß der Elmer schon auf Englisch Eurovision Song Contest. Und wir sind in Deutschland irgendwann umgeschwenkt, den von Französisch dann auch auf Englisch zu nennen. Wie auch immer. Zumindest war das halt 50 Jahre her. Und das ist halt in Brighton passiert. Also der Eurovision Song Contest 1974 war in Brighton. Und darauf sind die natürlich stolz, dass ABBA in Brighton groß rausgekommen ist. Und dann gab es da ganz viele Videos und Fotos, wie ABBA halt als noch völlig unbekannte Band da irgendwie in Hotels abgestiegen ist und da gefeiert hat. Und Videos vom Auftritt selbst. Und das war irgendwie ganz geil. Also ich mag ABBA als Band, ich weiß nicht, ob die unbedingt noch jetzt eine virtuelle Reunion haben mussten, aber die Songs sind definitiv popkulturell geschichtlich relevant. Und ich finde sie auch cool. Also mir macht das Spaß. Das ist nicht überproduziert K-Pop mäßig, sondern ja, also ganz große Kunst, würde ich sagen. Aber halt Pop so und macht halt Spaß. Und ja, ich fand das ganz nett, da diese Sachen anzugucken. Die alten 70er Jahre, Kostüme und die Musik da zu hören. Die hatten so eine richtig schöne, stolze Ausstellung. Ich glaube, ich habe auch ein Foto. Ist das in der Liste drin? Nee, habe ich gar nicht. Von dem Hotel, wo sie abgestiegen waren, hatte ich ein Foto gemacht. Genau, aber ich habe ein Foto hier von dem Original ABBA-Schlagzeug aus den 70ern. Ja, und ganz viele Eindrücke da von den Straßen. Doch, wir waren doch nochmal am Strand. Und da habe ich dann dieses Foto vom Grand Hotel gemacht, wo ABBA drin gewohnt hatte. Ja, genau. Also Brighton bietet sich an für Street Photography. Da gibt es auch ganz viele Märkte auf den Straßen, wo man einfach dann fotografieren kann. Und Spaß haben kann. Ja, zurück in Oxford war ich dann, Ist das der gleiche Tag? Muss ich mal eben nachgucken. Das Datum. Ja, genau. Bin ich dann nochmal spazieren gegangen und habe noch ein Foto von dem Florence Park gemacht in Schwarz-Weiß. Mit den hübschen Bäumen dort. Und von den Jolly Post Boys. Das war so die einzige Kneipe bei uns. In zu Fuß Entfernung. Also in direkter zu Fuß Entfernung. Aber sehr nett. Also da konnte man dann irgendwie nochmal ganz nett ein Bierchen trinken. Genau. Kommen wir zum Montag. Da hatten wir überlegt, ob wir nochmal einen weiteren Ausflug machen. Aber es war eh schon alles viel und auch irgendwie zu viel. Und wir haben dann gesagt, na gut, jetzt machen wir mal wirklich einen ruhigen. Ja, das hat natürlich nicht unbedingt geklappt. Ähm, aber, ähm, relativ ruhig. Denn, also, das ist nochmal eine absolute Empfehlung. Wenn ihr nach Oxford fahrt und einen entspannten Tag haben wollt und das Wetter gut ist, dann lege ich euch ans Herz den Oxford Botanic Garden. Ähm, das ist nochmal eine Sache, die man durchaus besuchen kann. Der ist deutlich kleiner als die Lost Gardens of Heligan in Cornwall, die wir besucht hatten. Da muss man ja irgendwie, also wenn man alles gesehen hat, will mehrere Tage verbringen. Oxford Botanic Garden ist deutlich kleiner, aber wunderschön angelegt. Auch sehr vielfältig und sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr ordentlich. Ähm, aber halt auch klein und kuschelig. Und wenn ich in Oxford leben würde, hätte ich garantiert eine Jahreskarte für diesen Botanic Garden. Denn da kann man sich einfach auf eine Bank setzen und ins Grüne schauen und Ruhe genießen. Man sieht, äh, im Hintergrund immer den Magdalene Tower. Ähm, habe ich bestimmt auch auf irgendeinem Foto mit drauf. Also erstmal sind da ganz viele Bilder von den Gewächshäusern, die man sich angucken kann. Äh, das eine Bild, wo ich eine Kaffeepflanze fotografiert habe, da wollte ich ganz witzig meinen Kaffeebecher mit reinhalten. Äh, leider ist der Kaffeebecher unscharf, weil die Blende zu weit auf ist. Bei Blende 2 hätte ich den Kaffee näher an die Kaffeeflinze halten sollen. Hat nicht so gut geklappt, das Foto war sehr dunkel in dem, äh, in dem Raum. Äh, und deswegen konnte ich das dann auf dem Display nicht so gut erkennen. Aber Kaffee mit Kaffee. Sehr witzig. Genau. So, und, ähm, wenn man dann weiterguckt, dann, äh, kurz vor dem Rotkirchen, wo ich eigentlich das Rotkirchen auf der Bank fotografieren wollte, stattdessen den Typ bekomme, und das Rotkirchen ist unscharf. Das Rotkirchen war sehr frech. Also meine Kamera war, weiß nicht, vielleicht 30 Zentimeter von dem Rotkirchen entfernt, und ich glaube, das Rotkirchen dachte, ich will es füttern oder so. Es war sehr, ähm, unängstlich vor, ähm, vor Menschen. Ja, dann habe ich dann den Typen, der an seinem Handy gespielt hat, scharf gemacht. Davor das Bild, da sieht man den Magdalen Tower von Magdalen College hinten im, im Hintergrund. Ja, ähm, da haben wir uns, weiß nicht, zwei, drei Stündchen aufgehalten, und einfach nur in die Blumen geschaut, ähm, es gibt dann irgendwie so eine Grinse-Katze, die im Baum sitzt, und es gibt einen, äh, ja, weiß ich nicht, die Schriftsteller, die in Oxford gelebt haben, waren da alles so ein bisschen repräsentiert, ähm, mochte ich sehr, sehr gerne. Ein kleines Café, ähm, und natürlich irgendwie den Fluss, der da vorbei fließt, ich weiß gar nicht, welcher Fluss ist denn das? Das ist, äh, ist das die Thamesa? Äh, River Cherwell fließt da vorbei. Ist die Thamesa nicht auch in Oxford? Ja, aber das ist südlicher. Ne, genau, ähm, da kann man halt diese, diese Stockbrot, ne, äh, Stockbootfahrten machen. Wie heißen die denn auf Englisch? Ähm, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Also man kann sich da auch Tretboote leihen, aber der Klassiker ist dann so ein, so eine Gondoliere mit einem langen Stab. Da kann man sich dann entweder eine geile Tour nehmen, die man unter das kann. Ich habe auch Leute gesehen, die das offenbar dann nicht konnten. Die sind dann immer ständig irgendwie in die Böschung gefahren oder man kann da Spaß haben. Ja, so, natürlich konnten wir es trotzdem nicht lassen. Also eigentlich hätte das schon gereicht, wenn wir einfach Botanicalen wieder zurück, dann hätten wir endlich unseren ruhigen Tag gehabt. Wir wollten aber nochmal einen Spaziergang machen und es gibt in Oxford eine J.R.R. Tolkien Bench, eine Bank, wo ich dachte, da kann man ja mal den Spaziergang hinmachen. Auf dem Weg dorthin sind wir bei einem sehr schönen Friedhof vorbeigekommen, den wir uns dann auch noch angeschaut haben. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie der hieß. Lass uns mal eben hier nachgucken. Auf der Karte finde ich den gerade gar nicht so. Wo ist denn hier? Wo sind wir denn längst gegangen? Da irgendwo muss doch ein Friedhof sein. University Parks und davor. Ich finde es gerade irgendwie nicht wieder. Irgendwie hat sich die Karte von Oxford verändert. Wir dachten, das wäre eine Abkürzung über den Friedhof, dass man da irgendwie hinten raus könnte, um dann in diesen University Park zu kommen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt und dann mussten wir halt da wieder raus, wo wir rein waren. Das war aber ein schöner Friedhof, insofern auch nicht schlimm. Komisch, irgendwo muss das sein. Naja, wie auch immer. Zumindest haben wir dann die Tolkien-Bench gefunden. Stellt sich raus, das ist eine ganz normale Parkbank. Da sitzt kein Tolkien. Es gibt keine Stadte. Auf einem Foto sitzt da so ein Tolkien. Aber das war irgendwie anscheinend nur ein Cosplayer oder irgendwas, was da nur kurz saß. Irgendwelche Touristen saßen da halt auf der Tolkien-Bench und haben sich entspannt. Ganz normale Parkbank, wo halt J.R. Tolkien saß hier irgendwie draufsteht oder so. Eine kleine Plakette habe ich da gesehen. Egal. Genau. Trotzdem schöner Spaziergang. Auf dem Rückweg haben wir dann gedacht, na gut, jetzt kommen wir hier am Magdalen College vorbei. Der Tower war schön. Vielleicht kann man da hoch. Seien wir noch kurz ins Magdalen College reingegangen, haben das besichtigt. Haben ein paar schöne Fotos gemacht. Im Magdalen College gibt es dann so einen Kreuzgang und eine Bibliothek. Die sind auch mit im Album drin. Kann man machen. War jetzt aber auch nicht. Die Kapelle war schon echt schick, aber reingehen konnte man auch nicht. Musste man dann von vorne fotografieren. Ja, damit endet tatsächlich auch das Fotoalbum. Wir haben tatsächlich an dem Dienstag, als wir dann zurückgeflogen sind, morgens nochmal das Pitt-Rivers-Museum besucht. Sehr, sehr bekannt. Kostenloser Eintritt, es wird uns Spenden gebeten. Kann man dann auch gut machen. Wir sind halt erst am späten Nachmittag oder Abend zurückgeflogen und mussten dann irgendwie Zeit überbrücken. Wir mussten halt vormittags aus der Wohnung raus, haben dann die Koffer ins Auto geladen, sind nochmal in die Stadt, haben das Pitt-Rivers-Museum angeguckt, auch nochmal voll mit Knochen von Dinosauriern und Menschen und Affen und allem möglichen und eine Riesenausstellung mit irgendwie historischen Schwertern und alles mögliche. Also auch sehr voll, auch sehr, sehr rummelig und leider aber nicht klimatisiert. Sehr warm und sehr stickig und sehr voll und naja, gut. Ganz nett, da drin waren, also es war gerade ja irgendwie Semesterferien, vorlesungsfreie Zeit, keine Ahnung und dann waren da zwei Postdocs, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen von irgendeinem College in Oxford und haben Mikroskope aufgebaut gehabt, sodass man als Besucher, also es war eher für Kinder, aber ich habe dann auch gefragt, ob ich mal darf und dann waren da Mikroskope und man konnte irgendwie den Flügel einer Biene oder menschliches Blut oder so, konnte man dann durchs Mikroskop beobachten und so ein bisschen Wissenschaft erfahren. Also es ist natürlich nicht das, was Wissenschaftler wirklich tun, irgendwie Bienenflügel durchs Mikroskop anschauen, aber die haben so ein bisschen Publicity-Arbeit für die Colleges gemacht. Fand ich sehr nett. Genau. Das klingt jetzt so, als hätten wir am Dienstag aber vor der Abreise auch noch irgendwie ein großes Programm gemacht, aber eigentlich haben wir relativ entspannt da irgendwie den Tag ausklingen lassen, sind dann mit dem Auto nach Heathrow gefahren, haben das Auto abgegeben und haben, wie gesagt, in der Business Lounge von Heathrow für British Airways, das ist wirklich ganz entspannt da abzuhängen, noch was gegessen und sind dann ganz entspannt zurückgeflogen. Also unser Flug hat funktioniert, er ist nicht ausgefallen, ist nicht verschoben worden und manchmal klappt ja auch mal was. und das war der England-Urlaub. In der nächsten Episode geht es dann schon um New York, denn nicht ganz eine Woche nach, also an dem Sonntag, das war der Dienstag da im Juli war das, war das Juli oder war das August? Ich habe schon vergessen, wann wir eigentlich in England waren. ich glaube es war August, oder? Also am Ende der Sommerferien. So, zumindest am Sonntag nach dem Dienstag, an dem wir aus England zurückgekommen sind, waren wir in, bin ich schon wieder losgeflogen nach New York, davon erzähle ich euch dann nächste Woche, in zwei Wochen in der nächsten Episode 563 auch eine ganz tolle Reise, da habe ich natürlich im Wesentlichen gearbeitet, bin am Sonntag hin, und habe Montag bis Freitag gearbeitet und bin an dem Montag drauf wieder zurückgeflogen. Ja, war eine gute Woche in New York. Ja, zurückblickend kann ich sagen, der England-Urlaub war der reichhaltigste und vollste Urlaub, den ich je gemacht habe, glaube ich, weil wir einfach so viel gemacht haben. Er war auch sehr schön, vielleicht war er nicht so erholsam, wie ein Urlaub eigentlich sein sollte, aber für mich war er äußerst bereichernd, weil ich einfach so viel gesehen habe, was ich vorher noch nicht kannte und auch die anstrengenden Tage haben sich gut angefühlt, also die sehr anstrengenden Tage in London, es ist einfach toll, also ich liebe die Stadt, ich könnte da jederzeit wieder hin, weil da einfach so viel ist und weil man sich dann so viele unterschiedliche Dinge zu Gemüte führen kann, ich finde das ganz großartig. Cornwall habe ich geliebt, weil es so ähnlich ist wie Irland mit Klippen und Wasser und so, da könnte ich auch noch mal mehr Zeit verbringen, allein in den Lost Gardens of Helligan könnte ich mehr mehr Zeit verbringen und es gibt ja noch mehr solche botanischen Gärten dort in Cornwall und ja, eigentlich hätte ich auch mal Bock dieses Wellenreiten auszuprobieren, ich glaube, das wäre auch der richtige Ort dafür, müssen natürlich gucken, ob es überhaupt einen Neoprenanzug in meiner Größe gibt, also ich bin halt sehr groß, habe sehr lange Beine und dann weiß ich immer nicht, aber natürlich gibt es das eigentlich auch. Ja, ähm, das könnte man mal machen, ähm, da auch mehr Zeit zu verbringen. In Oxford würde ich, glaube ich, wenn ich dort nicht arbeiten würde, also, keine Ahnung, äh, Urlaub dort noch mal verbringen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Also, wenn man da vorbeikommt, ist das einen Besuch wert und diese Butlerian Library ist absolut fantastisch. Ähm, ich glaube, Oxford ist eher ein Ort, wo man wohnen und arbeiten könnte, aber ich möchte eigentlich weder im BMW-Mini-Werk, was da ist, noch, äh, glaube ich, dass ich eine Professur an einer, an einem der Colleges in Oxford bekomme, denn meine wissenschaftliche Karriere ist ja nun auch schon, wann habe ich meinen Doktor gemacht? 2005. Es ist 20 Jahre her, dass ich in der Wissenschaft gearbeitet habe, da will mich keiner mehr. Nee, ähm, ich glaube, das war es für mich mit Oxford. Also, ich weiß nicht, ob ich da nochmal wieder hinkomme. Glaub eher nicht. Ähm, und es ist okay. Brighton, uh, weiß ich nicht, ob ich nochmal nach Brighton fahre, das war schon auch sehr anstrengend. Vielleicht sollte man da mal hinfahren, wenn es nicht so voll ist, also nicht im Hochsommer, nicht in der Urlaubszeit, vielleicht mal unter der Woche und gucken, ob die Stadt dann ein bisschen entspannter ist. Mir war es zu rummelig, zu voll. Aber durchaus, also einen Besuch einmal gesehen haben, kann man das schon. Ähm, dieses Pier, was da irgendwie im Wasser steht und irgendwie nur noch ein Wrack ist. Sieht ganz gut aus, ein tolles Fotomotiv. Äh, leider war das Licht nicht besonders spannend, dass wir mittags, dass ich irgendwie da war und das fotografiert habe. Ähm, Fotografie war toll in diesem Urlaub. Also, ich hatte ja zwei Kameras dabei, meine Z8 und die ZF, beide von Nikon und irgendwie großen Schwung Objektive. und ich habe sehr viel gelernt und sehr viel erfahren, sehr viel Spaß gehabt mit den unterschiedlichen Kameras und Einstellungen und Objektiven und ähm, es hat einfach alles sehr, sehr gut für mich funktioniert. Äh, also ich liebe dieses 24 bis 120 Objektiv von Nikon Blende 4, aber hat eine S-Linse, also höchste Qualität und das ist irgendwie ein sehr gutes immer drauf Objektiv. Ich mag aber auch die ZF-Kamera mit dem 40mm Objektiv extrem gerne. Ich hatte dann nach dem Urlaub festgestellt, ich habe ja auch noch dieses, ich glaube, das ist ein 24 bis 50, so ein ganz kleines, billiges Zoom Objektiv, gar nicht mal große, hohe Qualität, aber das auf der ZF ist nochmal ein bisschen flexibler, da hat man ein bisschen Zoom, 24 bis 50 eben ähm, und das 40mm Festbremseite hat natürlich eine bessere Qualität und eine größere Öffnung, ähm, aber so für Street Photography ist 24 bis 50 irgendwie praktischer, dann brauche ich gar keine große Öffnung, also da ist dann die Blende irgendwie, äh, bei 50 ist es glaube ich 5,6 oder so, stelle ich einfach die Blende auf 8, Sonnenacht, Blende 8, alles gut, ähm, ja, es ist, also die ZF mit einem kleinen Objektiv ist einfach wirklich schick und so habe ich das dann eben auch in New York gemacht, davon erzähle ich dann ja nächstes Mal, aber ich hatte mir dann nach diesem Urlaub gedacht, hey, in New York nehme ich halt nur die ZF mit, die Z8, die ja deutlich größer und schwerer ist, lasse ich einfach zu Hause, äh, und nehme auch nur weniger Objektive mit, also da hatte ich dann natürlich nicht das große 180 bis 600 Zoom Objektiv, was ich eigentlich auch nur einmal in Cornwall benutzt hatte, ähm, und das Pläne Objektiv hatte ich glaube ich gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr, also, ja, da bin ich Travel Light mäßig nach, äh, nach New York geflogen, davon erzähle ich euch dann in der nächsten Episode, jetzt kommt erst mal Herr Rilke, ne, es ist jetzt schon irgendwie, oh, Stunde 10, ähm, dafür habe ich Oxford in einer Episode geschafft und nicht wieder zwei gebraucht, fünf Episoden für einen Sommerurlaub, das ist eigentlich ganz gut, äh, demnächst mache ich nur noch Urlaube, nur noch Urlaubsberichte in, äh, im Einschlafen-Podcast, das wird auch gut, oder? Ihr werdet dafür, ich auch, nur noch Urlaub machen. Rainer Maria Rilke, wir sind in der Gesamtausgabe bei Position, äh, äh, 2102, also 2102, 31% haben wir geschafft und das heutige Gedicht heißt Die Engel. Sie alle haben müde Münde und helle Seelen ohne Saum und eine Sehnsucht wie nach Sünde geht ihnen manchmal durch den Traum. Fast gleichen sie einander alle, in Gottes Gärten schweigen sie, wie viele, viele Intervalle in seiner Macht und Melodie. Nur wenn sie ihre Flügel breiten, sind sie die Wecker eines Winds, als ginge Gott, mit seinen weiten Bildhauerhänden durch die Seiten im dunklen Buch des Anbeginns. Ja. Soviel zu Rilke. Noch eine Kapitelmarke für Herrn Goethe, Johann Wolfgang von Wir sind in der italienischen Reise bei Position 1475, äh, 18%. Ferreira bis Rom und da in Bologna am 19. Oktober abends angekommen, also knapp nach meinem Geburtstag. Am 19. haben wir das Konzert im Wildwuchs gespielt. Herr Goethe war nicht da, meine Cousine war da, da habe ich mich gefreut. Steffi, ganz liebe Grüße an meine Cousine Steffi. Annette wollte auch kommen, die war leider krank und verändert, ähm, aber, äh, das war eine Überraschung für mich, ich wusste es nicht, meine Mama wusste das, die hat mich dahinter gefragt, hast du eigentlich deine Cousinen gesehen? Ja, eine, und, ähm, das war eine große Freude. Äh, ganz liebe Grüße an Steffi und ihre Freundinnen, die da gekommen sind, die Namen habe ich leider vergessen, äh, waren sehr nette Leute, genau, aber auch an alle anderen, natürlich die da waren. Augen zu und zugehört, Johann Wolfgang von Goethe, die italienische Reise, Bologna, den 19. Oktober abends. Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen, aber es geht mit der Kunst, wie mit dem Leben, je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. An diesem Himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen. Die Karachi, Guido, Dominicin in einer späteren, glücklicheren Kunstzeit entsprungen, sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urteil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes Hindernis der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte. Es ist, als da sich die Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen vermählten. Daraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Pinsel, der nur das Vollkommenste, was geschaut werden kann, hätte malen sollen, dich anzieht, so möchtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit kleinen Scheldworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen weggehren. Und so geht es durchaus. Man ist immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtiges Interesse, immer etwas fantastisch von außen Erwartetes, entweder Missetäter oder Verzückte, Verbrecher oder Narren. Wo denn der Maler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hübsche Zuschauerin, herbeischleppt, allenfalls seine geistlichen Helden als Gliedermänner traktiert und ihnen recht schöne Faltenmäntel überwirft. Da ist nichts, was einem einen menschlichen Begriff gäbe. Unter zehn Sujets nicht eins, das man hätte malen sollen und das eine hat der Künstler nicht von der rechten Seite nehmen dürfen. Das große Bild von Guido in der Kirche, der Mendicanti, ist alles, was man malen, aber auch alles, was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumuten kann. Es ist ein Votivbild. Ich glaube, der ganze Senat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die wert wären, eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten, müssen hier Gedankenstrich und Absatzende haben. Der heilige Proklus, eine schöne Figur, aber dann die anderen Bischöfe und Pfaffen. Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helfen, wie er konnte. Er mühte sich ab, nur um zu zeigen, dass nicht er der Barbar sei. Zwei nackte Figuren von Guido, ein Johannes in der Wüste, ein Sebastian, wie köstlich gemalt und was sagen sie? Der eine sperrt das Maul auf und der andere krümmt sich. Betrachte ich in diesem Unmut die Geschichte, so möchte ich sagen. Der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ist Herr über sie geworden und hat sie abermals zugrunde gerichtet. Nach Tische, etwas milder und weniger anmaßlich gestimmt als heute früh, bemerkte ich folgendes in meine Schreibtafel. Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die säugende Maria vorstellend über Überlebensgröße der Kopf, als wenn ihn ein Gott gemalt hätte. Unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den saugenden Knaben herunter sieht. Mir scheint es eine stille, tiefe Duldung nicht, als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschobenes, himmlisches Wechselkind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist und sie in tiefster Demut gar nicht begreift, wie sie dazu kommt. Der übrige Raum ist durch ein ungeheures Gewand ausgefüllt, welches die Kenner höchlich preisen. Ich wusste nicht recht, was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler geworden, das Zimmer und der Tag waren nicht die hellsten. Unerachtet der Verwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, dass Übung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Irrgärten zu Hilfe kommen. So sprach mich eine Beschneidung von Guersin mächtig an, weil ich den Mann schon kenne und liebe. Ich verziehe den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Ausführung. Gemalt, was man sich denken kann, alles daran respektabel und vollendet, als wenn es Emalje wäre. Und so geht es mir denn wie Biliam, dem konfusen Propheten, welcher segnete, daher zu Fluchen gedachte. Und dies würde noch öfter der Fall sein, wenn ich länger verweilte. Trifft man dann gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, auch gleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gesunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohlgemerkt und werde ihr im Geiste meine Ephigenie vorlesen und meiner Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte. Bis dahin vielleicht. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr habt Hoffnung und ich hoffe, ihr kommt mit der gelegentlichen Resignation auch am Ende klar. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.